Marines Kollegen und eine dankbare Nation. Tut mir leid, Mitchell. Will war einer der Besten. Wir kümmern uns umeinander. Wenn du was brauchst... Erzähl'n Private Mitchell. Jonathan Irons, Will's Vater. Mr. Irons, es tut mir sehr leid, Sir. Das glaube ich, Sergeant. Private Mitchell, Sie waren Will's bester Freund. Sie haben beide einen zu hohen Preis für Ihr Land gezahlt. Das war eine schreckliche Tragödie, Sir. Das war nicht nur schrecklich, Sergeant. Es war auch unnötig. Junge, ich biete Ihnen eine zweite Chance. Mr. Irons, Mitchell wurde entlassen mit seinen Verletzungen... Ich weiß von seinen Verletzungen, Sergeant. Bei Atlas haben wir Prothesen, die denen des Militärs 20 Jahre voraus sind. Will sagte mir, was für ein Soldat Sie sind. Sie sollten für ein Militär kämpfen, das ebenso effektiv wie Sie ist. Erwägen Sie es. Will's Tod sollte nicht umsonst sein. Sergeant. Okay, diesmal weiß jeder, was zu tun ist. In Position gehen. Okay. Erwägen Sie es. Erwägen Sie es. E스bald-